Aber natürlich, solange der Bademeister dann noch vor der Badeanstalt steht, gehen wir da auf keinen Fall rein. Wir warten, bis es wenigstens ein wenig dunkel wird. Dann geht der Bademeister meistens in das kleine Becken. Dann schwingt der Bademeister in dem kleinen Becken manchmal ein paar Runden. Dann geht er raus, sieht den Sprungton und geht ganz langsam nach oben. Beim Drei-Meter-Brett wartet er kurz. Dann geht er weiter zum Fünf-Meter-Brett. Er bleibt nicht stehen zum Sieben-Meter-Brett. Und auf dem Zehn-Meter-Brett ist er nun ganz kurz, denn dann läuft er schon von hinten nach vorne und... Doch diesmal bemerkt der Bademeister, dass da noch jemand oben ist. Entschuldigen Sie mich. Und dann kommen Sie mich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nach vorn Die Sonne rollte aus dem Bauch der Berge. Alles ist lächerlich, nur die Sonne nicht. Eine warme Stelle in einem menschlichen Bett, ein Aufwachen zum Anfassen, das ist alles. Eine warme Stelle in einem menschlichen Bett, ein Aufwachen zum Anfassen, das ist alles. Glauben Sie mir. Sehr geehrte Damen und Herren, ich liebe Sie. Sehr geehrte Damen und Herren, ich liebe Sie. Sehr geehrte Damen und Herren, ich liebe Sie. Sie war noch kein einziges Mal im Kino. Sieg erte Damen und Trau mich, liebe Sie, sieg erte Damen und Trau mich. Sieg erte Damen und Trau mich, liebe Sie, sieg erte Damen und Trau mich, liebe Sie, sieg erte Damen und Trau mich. Herr, bitte dieses eine Mal! Das war doch nicht so gemeint? Musik Mich dagegen hat man irgendwann mal gefragt, ob ich gerne hinein... Nein, habe ich gesagt. Von innen? Von außen? Außen? Mit einem Durchwässer von 60? Von überhaupt nie. Vonür Von quatro Das ist gut. Spannende Cornel Nichts Vielen Dank.